Die BAKUS 1630 ist kompakt, leistungsstark und zuverlässig. Ein Umsetzer für höchste Ansprüche. Dank ihres geringen Gewichts lässt sich die Maschine sogar mit einem PKW-Anhänger transportieren. Immer im Einsatz, schnell und mobil. Die BAKUS 1630. Das kompakte Gummikettenfahrwerk sorgt für beste Fahreigenschaften. Die BAKUS 1630 kann somit alle gezogenen Umsetzer ersetzen. Die robuste Maschine fährt selbst. Ein zusätzlicher Schlepper ist nicht notwendig. Das garantiert eine optimale Nutzung der Anlagenflächen. Kompostmieten können also dicht nebeneinander angelegt werden. Die automatische Bodenkonturanpassung der hydraulischen Spurräumer verleiht der BAKUS 1630 besondere Agilität. Eine optimale Umsetzung des Materials garantiert der hydraulisch stufenlos höhenverstellbare und reversierbare Rotoren. Die BAKUS 1630 ist leistungsstark, wartungsarm und überragend günstig im Verbrauch. Für mich als Landwirt ist die BAKUS 1630 optimal. Ihr starker und sparsamer Motor setzt große Mengen Stahlmist innerhalb von kürzester Zeit um. Dank ihrer kompakten Bauweise ist sie leicht zu transportieren und einfach zu bedienen. Die BAKUS 1630 kann überall ganz einfach eingesetzt werden. Ob im Gelände oder zwischen verschiedenen Anlagen und Einsatzorten. Mit der BAKUS 1630 arbeiten sie immer flexibel. Wir von der Firma BAKUS sind überzeugt von der Qualität und von der Leistung der BAKUS 1630. Die robuste, kompakte Maschine überzeugt durch ihre Handlichkeit, geringe Wartung und überragende Leistung. Dabei eignet sie sich besonders für die Anwendung in Landwirtschaft und Tierzucht, zur Kompostierung von Stallmist, für die Kompostierung von Grünschnitt, im Garten- und Landschaftsbau, in Baumschulen, auf Golfplätzen und Grünanlagen jeder Art. Die BAKUS 1630 – kompakt und leistungsstark. Ein echter Allrounder für höchste Ansprüche.